Hallo, ich bin es, Squishy-Domons, der adventlich weihnachtliche Gedingster-Boomster, keine Ahnung, Geschenke-Titel-Wisch. Ja, heute am 2. Dezember haben wir auch gleich ein ganz besonderes Schmankerl für euch. Ja, und die Beschreibung, die ist so gut und so selbsterklärend, ich lese sie einfach mal vor. Kennst du das auch? Du bekommst humorvollen Besuch und auch wenn du das Kindesalter schon längst überschritten hast, ist sie oft nach einem Schabernack zumute. Ja, was braucht man da? Irgendwie eine Klorolle, die beim Abrollen sagt, hey, deine Arschritze ist so haarig, da könnte man auch einen Lockenwickeler reindrehen. Oder, Junge, mit so viel Klopapier kannst du dir gleich ein Schleifchen um diese riesengroßen raushängenden Hämorrhoiden binden. So etwas, ne? Ja, es geht um die sprechende Klopapierrolle. Hier in diesem wunderschönen Beispiel, da wo man diesen Herrn, der irgendwie, ja, quasi Geburtswehen da brägt, sagt die Klorolle, wow, da hast du aber ein dickes Ei gelegt. Witzig, nicht? Äh, das Ding hat eine Aufnahmefunktion. Bis zu zehn Sekunden kannst du da irgendeinen Scheiß drauf sprechen. Wie beispielsweise, dein Arsch ist so weit offen, ich kann deine Mandeln sehen. Oder sowas. Das ist doch toll. Das ist doch ultimativ der absolut allerbeste Schabernack, den man nicht ausdenken kann. Wer braucht das nicht, ich zitiere, sehr lustig in die Idee, auch als Geschenk. Für humorvolle Gäste und vor allem humorvolle Gastgeber. Nur für den Fall, dass euch mal nach einem kleinen Schabernack zu Wut ist. Ja. Hallo.